So, also, Star Citizen! Erstmal, dass ich das streamen. Ich hoffe, es funktioniert einigermassen. Ähm, ja, ich bin gerade auf der PTU unterwegs. Der Testserver von der 3.8. Ähm, welcher in den nächsten Tag irgendwann rauskommt. Und ja, voll geil. So, ich bin mit meiner Freelancer hier am Päckchen ausliefern. Und habe jetzt gerade den Flug hinter mich gebracht. Bin jetzt hier in der Nähe gelandet. Jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwie, ähm, die andere Seite rüberkomme. Ja, sehr schön. Also, schnell auf die Sternenkarte schauen. Uh, nachricht. So, also. Wir sind, ähm, wo sind wir? Genau auf dieser Seite, das ist doch schön. Ich würde sagen... Ah, das war ja auch erst der erste Stopp! Stimmt! Ähm, ja. So. Also, der zweite Stopp ist, ähm... Wo ist der zweite Stopp? Ah. Machen wir doch einen schönen Rundflug um den Planeten. Geil! 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 Hö. Geil! Es ist wiederum! two. Agnes Wollmer. Es ist ein Schuss. Es ist ein Schuss, ähm... So, sehr schön. Ich glaube, wir sind an unserem Ziel ein bisschen vorbeigeflogen, weil das Ziel ist, ähm, immer noch 1000 Kilometer. Mal schauen, ob wir da nicht irgendwie näher dorthin kommen, dort jetzt sind wir. Ähm, und da oben müssen wir dorthin, da könnten wir jetzt irgendwie... Ja gar nichts in der Nähe. Vielleicht hier dorthin fliegen. Ja, ja. Mal schauen, mal schauen. Also, da ist verdammter Feister, Mann. Einfach gar nichts. 800, das ist ja immerhin schon mal ein Stück näher. Jetzt übrigens mit der neuen Planetag V4, das heisst neuere Planeten, also schönere Planeten. Und, ähm, das ist einfach jedes Mal wieder faszinierend. Äh, es ist einfach immer noch 500 Kilometer in die Falschrichtung. schon recht weit. So, schauen wir noch einmal. Irgendwie näher hinkommen hier. Jetzt sollte das klappen. Ähm, ähm, so. Schauen wir, dass sie nicht dran vorbeifliegen. Schauen wir, dass sie nicht dran vorbeifliegen. Ähm, die Richtung stimmt einfach nicht. Äh, 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 äh. Engines offline. Engines offline. So, scheiden wir uns halt einfach durch. Quantum Break Bremse. Äh. Quantum Travel complete. Also. Schauen wir, wie weit wir weg sind. So, woher, hm? Was? Oh, shit. Noch weiter. Hahaha. Ähh. 6 Initiated Yeah, baby Engines offline So Complete Yeah, yeah Perfekt Stürzen wir mal drauf Vollgas natürlich Sehr schön Oben ist Wasser Oder irgendetwas Oder Eis Es sieht schon richtig Richtig Fett aus Krass Gott verdammt Einfach schon geil Und vor allem Wir können einfach überall hinfliegen Einfach überall hinfliegen So richtig krass Ja, es braucht jetzt halt einen Moment Bis wir dort sind Aber macht ja nichts Wir haben ja Zeit Wir haben ja Zeit Wir haben ja Zeit Wir haben ja Zeit Nachher möchte ich einmal den neuen Planeten anschauen Schauen Was dort so abgeht Weil da Ähm Ähm Was habe ich jetzt gemacht? Oh Wuppala Oh nein Ich habe jetzt schnell die Busentab So Okay Weiter geht's Also ja Es geht immer noch 130 Kilometer Aber er macht nichts Dann gehen wir schnell auf Lorville Und dann fliegen wir mal auf eine neue Planete Und dann fliegen wir mal auf eine neue Planete Und dann fliegen wir mal auf eine neue Planete Nützt zwar nichts eigentlich Weil man noch nichts machen kann dort Aber es ist egal Also man kann noch nicht die Stadt Es ist rum Ähm New Babbage glaube es heisst es Aber ähm Ja Rein kann man halt noch nicht Leider Dann kommt der nächste Patch Schnellig noch 88 Kilometer Schnellig noch 88 Kilometer Das ist einfach nice Das ist einfach nice Langsam mal ein wenig als Abbremsen denken Dass man da in Berge nicht krachen Und Ich hoffe da unten ist niemand der uns über den Haufen schiesst Da ist ja Ptu eigentlich nicht Also der Testserver passiert ja das eigentlich nicht Eigentlich nicht Hab ich schon gedacht Hey Ich spiele übrigens auf High Und ja So wie es aussieht läuft das Super nice Super flüssig bis jetzt Ohne grosse Rockler ohne grosse Problem Sehr sympathisch Wenn das so weitergeht Dann werden das ein paar lustige Stunden werden In nächster Zeit Ja Die Bremse da Es geht super schnell da plötzlich Ich glaube das ist schon Das ist schon ein paar nicht mit Atmosphäre Da Sturzflug Das machen wir ja eigentlich nicht Das macht man nicht Aber äh Ja Ja Räder ausfahren Räder ausfahren Nice Einfach nur fucking nice Räder aus Räder aus Åh Relativ knapp Vielleicht kann das mal sein LAUGHTER Ja Schon der Profi am Steuern Da passt das doch nicht das ist gut so fertig wir sind gelandet die schlechteste landung im ganzen universum das ist doch richtig so direkt vor dem eingang hoffen die klappe geht wenn etwas im weg ist ja scheisse das jetzt probieren man ja ja mach auf Das ist eigentlich nicht. Hey! Das ist... Nein! Ehm... Ehm... ... ... ... ... ... ... ... Schauen wir halt noch einen Meter vorne. Nein. So wünschst du. So. Engines offline. Aber man sollte vielleicht auch nicht gerade vor dem Loch landen. Oh, geht doch. Das ist irgendwie neu da. Letztes Mal noch anders aussehen. Oh, schau hier, wie schön. Schade, dass der Sound noch ein bisschen kaputt ist. Schau mal jetzt. Hey, tu mir das nicht an, Mann. Ah, so. Und. Ich schalte auf den abgefuckten Stationen. Da ist das Zeug ein bisschen leise. Gut. Dann kommen wir noch das andere. Ich schalte. Die Frage ist jetzt, ob wir die andere Mission annehmen. Jetzt muss man das theoretisch anzeigen, oder? Accepted. Ah, Track. Genau, perfekt. Ah, geile Scheisse. Oh, ich wollte das Päckchen gar nicht mitnehmen. Hast du das einfach okay, Mann? Was läuft mit dir? Nimm das. Einfach schon geil. Wir sind einfach auf einem fucking Planet. Es ist einfach schon geil. Einfach immer wieder geil. So, jetzt. Das läuft super flüssig. Das läuft echt super flüssig. Und ich spiele auf High. Und ich habe jetzt nicht gerade den neuesten Computer. Sehr schön. Wir wollen gerade mal schauen, ob wir da etwas können. Bye. Titan. Was hat es da gut? Nichts. Krass. Einfach nichts. Ja, dann nehmen wir halt nichts mit. So. Ich habe schon. Ich habe schon. Perfekte Landungen. Was haben die alle für Probleme? Ähm. Ah. Igen. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Aber brutal. Es gibt noch etwas Grafik-Bugs. Ab und zu etwas aufpoppt und so. Es ist ja immer noch der Test-Server. Ich habe das Gefühl, wenn der das... Hey, schau, wie geil, Mann! Das kann man einfach nur geniessen. Das sieht richtig geil aus. Richtig geil! So, jetzt schaue ich aber schnell auf meine Star-Men. Wir haben noch eine Map. Weil... Ähm... Wo sind wir? Hier irgendwo. Innen sind wir. Lore-Will. Genau, Lore-Will. Anjumpen. Anjumpen. Sehr nice. Schauen wir doch das. Ah, ich muss es erst weiter weg. Mir oder? Ja. 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 Es ist einfach mal crazy, Mann. Oh, du. Kluge. Ehm. Da. Geili scheisse, Mann. So, das sollte theoretisch länger noch drüber zeigen. Da reiben wir noch auf ein Blutenkopf. Oh, 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 oh! Uuuuh! Und jetzt direkt Quantum Drive! Ah, da drüber sind sie gerade geplatzt, hey, shit! Richtig geil! Richtig geil! So, Lore Will, Lore Will! Lore Will! Natürlich ist Nacht, oder? Könnte es auch anders sein. Ich würde sagen, treten wir mal hier runter. Könnte schnell tanken und dann fetzen wir mal auf eine neue Planete rüber. Geile Scheisse! Geile Scheisse! Hoppa! Können wir mal raus ein bisschen langsamer einstellen. Hey, dahin bist du gerade für die Dummy-Schnachel. Geile Scheisse! Mal schauen, ob ich hier anfunken kann. Hallo! Da haben wir ein paar Schimmern noch. Das ist halt so. Ähm... Okay. Ähm... Wir müssen hier rüber fliegen, hey. Hat mich wieder genau richtig verwischt, Mann. Genau in der Nacht. Das ist doch ein Scheisse, hey. Das ist doch ein Scheisse! Das wäre schön, wenn es da gewesen wäre, gell? Aber, ähm... Ja... Was soll's! So, aber jetzt theoretisch... Stopp! So, ähm... So, ähm... Das ist wirklich kaputt. So, probieren, oder? So, schau jetzt! Please proceed to a signed landing bay. Sehr schön, danke. Oh! Oh, what the fucking shit! Ah, was haben sie neu gemacht, eh? Ah, was haben sie neu gemacht, eh? Wir sind halt ein wenig höher. Was haben sie jetzt neu gemacht, okay? Okay. Autopilot, der dich weglenkt. Ah, nicht einmal so eine blöde Idee. Ah, was ist morgen? Ah... Ah... Checks. Ah... Das war's morgen! Ah... Checks... Weiter nach vorne, nahe nach der Stadt. Da gibt es ein krimineller Landung. Alles gut, man. Yeah, baby. Nice. So was doch das hier? Schnell hier tanken. Reparieren. Ja, komm. Den Motor abstellen. Anscheinend hat man es einmal gesehen. Wenn man etwas repariert hat oder tankt, sind Drohnen hergeflogen und haben es gemacht. Aber irgendwie haben sie es anscheinend wieder rausgepatcht. Keine Ahnung wieso. Ups. Ich wollte nicht. Ich könnte jetzt auch schnell auf Lorwell schauen. Können wir hier ein Schiff mieten? Ähm. Ich muss jetzt schnell ausprobieren. Es läuft echt geil flüssig. Es läuft echt geil flüssig. Ich weiß nicht. Ja. Tuckl, tuckl. Oh, ist es ja schon. Also, das nehmen wir. Envil Aerospace. Äh, was ist ja das g'si? Aurora. Aurora. Was ist denn da, sonst? Prospector. Das wär's, hm? Das wär's, das wär's. Das wär's, der Hype. Das würde mich ein 79. Ah, nein. Drake. Atlas. Dragonfly. Song Alpha. Envil Arrow. Avenger Titan. Aber ich hätt jetzt gern... Ah. Slay schon, oder? Oh. Halber Woggy. Geil, ich mieten mir den Kaid, Mann. Ähm. Joé. âmmer sicher. Ich schaue nicht, ob wir das fette Teil ausparken können. Tatsächlich, gehe ich in ein Loch. Haha, gib hör das Teil! Oh, geil! Oh, geil! Jetzt bin ich gespannt, Mann. Jetzt bin ich gespannt. Es waren 7. Oh shit, jetzt bin ich gespannt. Was? Alter, fuck, Mann. Zieh dir das Teil mal ein, ey. Shit, schon Knarrene montiert. Shit! Von hinten auch öffnen. Oh, Alter, ist das fett, Mann. Ähm. Jetzt müssen wir hier wieder hochkommen. Yeah, Baby. Alter, wie krank ist das Teil, ey. Dunkel ist da hinten, aber sonst. Alter, ey. Okay. Hier ist ja noch etwas anderes. Ein anderes Teil rausgehackt, Mann. Und dann nachher. Wepa, Partytime. Ist ja richtig krass, Mann. Mal irgendwie ins Cockpit kommen und starten. Dann fliegen wir weg. Und machen mal Strom. Und dann mal schauen, wie es da aussieht. Das Dunkel ist einfach schon verdunkel. Ah, da wäre die andere Lücke. Was ist da? Chillplatz. Da. Bett. Bett haben wir. Vier. Okay. Aber, äh. Sushi. Ist das gerade das WC oder hat das kein WC? Yeah, Baby. Ja, das Teil ist recht fett. Schauen wir mal, wenn wir mit dem Ding... Haha. Wenn wir das irgendwie in die Luft bekommen. Ähm. Oh. Hier, Baby. Geil, Mann. Also. You are clear for liftoff. Alter, zieht ihr das rein? Ich bin nicht über den Maus gerade. Ja. Ich bin richtig schwerfällig, ey. Shit. Alter, ich bin krank, ey. Alter, ich bin krank, ey. Mann, ist das Teil, ey. Jetzt wieder? Ja. Ja, du Cloth. Gehen wir einfach auf, Mann. Ey, schau, wie das Teil ruhrt, Alter, ey. Shit. Bye, bye, Lorville. Alter, ist das Teil fett, Mann. Und anders bewaffnet den, aber anders. Und wenn wir das nicht mischen. Ja. Jetzt die Berge zu. So. So sollte man das zu tun? Ja, was ist mal zu. Alter, ist das Teil fett, Mann. Dann können wir ein bisschen Gas geben. Du bist halt schwerfällig wie ein Hund. Das ist halt ein bisschen das Problem. Aber ein krankes Urteil, man. Shit! Das geht. Eigentlich könnten wir ja jetzt... Oder jetzt einfach so, dass es nicht allzu schnell fliegt. Also ist gut, das passt. Nicht ganz so steil. So ist doch friedlich. So ist doch friedlich. Also. Wir holen das Teil mal an mit Strom. Was ist das? Das ist das Turret. Wunder. Geil. Was ist das dunkel? Das ist halt einfach fucking Frachterung. Das ist einfach schon fett. Das ist irgendwie schon... ...Kriegsvariante. Aber wenn man es das täuscht. Wenn ich da einsteige und irgendeinen Scheisse baue, dann komme ich da nie mehr hin. Nein, ich lasse es. Das müsste man machen, wenn es steht. Aber ja. Ist schon ständig ein fettes Urteil. Gott verdammt. Das WC fehlt einfach. Malerweise haben es doch da so... ...ein so... ...küche fehlt. Es ist doch nichts. Also Constellation. Gut, haben wir es ausprobiert. Ist dann X für mich. Jetzt stellen wir uns mal wieder her. Wehe, ein bisschen klingt schon krass, Mann. Also, jetzt mal schauen. Jetzt müsste es ja eigentlich... ...makten. Das ist ein neuer Mond. Oder hat es den... Hä? Jetzt bin ich auch nicht sicher, ob der schon immer gewesen ist. Mick. Die sind neu, hm? Bursten. Ja, das ist eigentlich die Chance, zum da hinten fetzen. 251. 50. Ist das verdammte? Ja, aber bremsen so... Ja, so ist die Note dort hinten. 38 Millionen Kilometer, ey. Alter. Alter. Aber, äh... Für die, die dann das Video auf YouTube schauen... ...überspringen das. Wir könnten dann das raus, dass es nicht ewig dauert. Und die im Stream, die müssen jetzt halt einfach durchhalten. Boom. Ruckelparty, wey. Und es ist abgeschmiert. Nein. Es ist abgeschmiert. Geil. Ja, das ist ihm jetzt zu viel gewesen. Gut, dann beende ich das jetzt da. Ah, shit. Ja, aber jetzt hätten wir wenigstens Consolation gesehen. Ähm. Einen kleinen Drogenschmuggel hätten wir gesehen. Und... Äh... Loreville. So schnell. Ganz, ganz schnell. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Ciao.